Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube Video hier auf unserem Kanal. Und ja, ja heute wieder Ende der Woche wie gewohnt zu unserer Backtesting Session mit unserem Liquiditätssystem. Ja jetzt hier im DAX sozusagen, für alle die jetzt an der Stelle neu sind, ist bei uns ja jetzt mittlerweile gang und gäbe, dass wir Ende der Woche uns immer, sozusagen die letzten Tage, die vergangene Woche, sozusagen im Backtesting anschauen, schauen was mit unserem System, mit unserem Liquiditätssystem im DAX möglich gewesen wäre. Jetzt sozusagen vom 17. bis zum 21. einfach um Daten zu sammeln, um das System weiter optimieren zu können. Ich kann ja jetzt schon fast gar nicht mehr sagen, dass es unser einziges System ist, was wir aktuell traden, weil wir haben ja jetzt das ganze sechs Monate lang, ja mehr oder weniger hier wöchentlich wirklich durchgezogen. Also ich glaube, es kommen wirklich jede Woche konstant das Backtesting Video. Ich habe komplett ehrlich gezeigt, was die Woche lief. Es gab Wochen, die liefen absolut Bombe. Es gab Wochen, die liefen nicht so. Es gab Wochen, die liefen echt scheiße. Aber trotz dessen haben wir absolut abgeliefert, also die Ergebnisse sprechen, er kommt jetzt für sich und ich muss bei dem ja auch nochmal ganz kurz die Tabelle aufmachen. Genau, hier ist jetzt die Tabelle. Das Ergebnis können wir uns ja ganz kurz nochmal anschauen. Letzte Woche waren wir jetzt sozusagen bei einem Gesamtergebnis von 286% jetzt über die letzten Monate, also wirklich den 1.1. diesen Jahres haben wir ja angefangen mehr oder weniger die Woche und haben das Format hier so mehr oder weniger nebenbei entwickelt. Aber haben wir jetzt sogar die Woche, also für jeden, der es noch nicht gesehen hat, angefangen so ein bisschen ein neues System zu bauen, zumindest mal eine Richtung zu finden. Also nicht ein System, was auf Liquiditätsbaustein basiert, sondern also wie das System, was wir hier trainen, fungiert ja rein auf Liquiditätsbaustein, sondern mehr in die Richtung, sage ich mal, von Trendfolgebaustein. Also warte mal, ich kann nicht das ganz kurz zeigen, damit ihr wisst, wie ich das meine. Mal hier auf unserer Webseite, haben wir das hier, ah, muss ich wieder ganz runter scrollen. Geil beschrieben, weil hier sehen wir, seht ihr so ein bisschen das Baukastenprinzip, habe ich auch ein extra Video dazu gemacht, jetzt letzte Woche, könnt ihr gerne mal schauen, ihr könnt euch gerne anschauen, so ein bisschen erklärt, wie wir sozusagen rangehen, wenn wir unsere eigenen Systeme bauen. Ich zeige es euch ja jetzt mehr oder weniger mit dem System und habe es auch schon letzte Woche, die gehen euch super, auch nochmal ein extra Video zu den genauen Steps gemacht, wie wir da im Prinzip vorangehen und dass wir immer alle Systeme für uns auf den vier Komponenten beruhen und dass er das Liquiditätssystem einfach nur auf einem Point of Interest, also unsere Liquiditätspunkten basiert, die wir auf H1 definieren, unserem Einstiegssignal und Managementbaustein, der mehr oder weniger auch wirklich ganz wenig ist, weil wir einfach nur unseren Stop-Loss im Prinzip ins Tief- bzw. hochlegen und unseren Take-Profit halt in den Gegen-Liquiditätspunkt bzw. Ineffizienz, je nachdem, was für ein Trend wir unterwegs sind, was für eine Richtung wir unterwegs sind, genau. Mehr ist es nicht. Jetzt wollen wir ein weiteres System bauen, was aber jetzt mehr auf den Direction der Buyers wirklich beruht, dass wir vielleicht auch in Phasen, wo das Liquiditätssystem nicht so krass performt, wie jetzt in stark trendenden Phasen, sage ich einfach mal, wo wir da eventuell auch, ja, den einen oder anderen Gewinn mitnehmen können, wo halt wir mit einem Liquiditätssystem vielleicht sogar gerade eine Trading-Pause haben, um halt einfach den Drawdown klein zu halten, in den Phasen, wo halt das System einfach nicht funktioniert. Aber, ja, das soll ja jetzt hier heute nicht Thema sein, sondern wir wollen uns jetzt anschauen, was jetzt sozusagen die Woche möglich gewesen wäre. Das sehe ich gerade sind, by the way, noch die Trades von letzter Woche, und die können wir auch einfach mal ganz kurz alle hier mit reinschieben und dann einfach rausblenden. Hallo? Ja, okay. So, jetzt gucke ich noch ganz kurz, dass die Aufzeichnung hier wirklich läuft. Macht's ja perfekt. Also, Montag, 17. Juli, 7 Uhr, sind wir jetzt sozusagen Anfang der Woche. Ganz normal ziehen wir jetzt einfach durch, wie wir es halt immer machen. Also, wir markieren als erstes unsere Liquiditätspunkte. Lass mal hier so die mehr oder weniger einfach umherliegen. Müsst ihr jetzt nicht alle einzeichnen, dass ihr jetzt nicht einen Chart komplett voller Linien habt. Aber so, ja, jede Richtung, 2, 3, irgendwie sowas in die Richtung. Auch Ineffizienzen können ja relevant sein. Wenn wir uns jetzt auch erstmal Struktur anschauen, sind wir auf jeden Fall noch short. Sehen ihr hier immer diese Push-Phasen nach unten. Machen tiefere Hochs, tiefere Tiefs. Momentan könnte es noch danach aussehen, dass wir jetzt hier wieder ein tieferes Team machen. Ich habe den DAX tatsächlich die Woche wieder gar nicht verfolgt, weil ich mit meinen anderen Systemen, die ich trade, aktuell hauptsächlich nur im Forex-Bereich unterwegs bin. Und im DAX eigentlich gar nicht. Aber sobald wir jetzt das hoch für mich nicht brechen, ist das ganze Ding für mich aus meiner Sicht, kann ja jeder, hat ja jeder eine andere Sicht, aber von den Bausteinen, die ich aktuell so trade, wäre das Ding noch absolut short. Sogar wenn wir jetzt hier vielleicht nochmal über das Hai drüber fischen, weiß man ja nicht. Genau, so. Das heißt, wir gehen jetzt hier, haben die Liquiditätspunkte eingezeichnet, gehen jetzt hier auf 5 Minuten Basis und warten jetzt halt, dass eine Seite gesweept wird und dann wird auch direkt die untere Seite gesweept und ja, okay. Es ist unser Signal gekommen, also sprich, ich wollte immer den zweiten Sweep dann sehen und dann den Strukturbruch nach oben. Aber ich glaube, ich hätte das halt vom CAV her absolut gar nicht gepasst. Das heißt, das wäre der Trade gewesen, vor allem weil wir halt noch short sind, hätte ich jetzt hier nicht unbedingt einen Liquiditätspunkt, wie sage ich das, übersprungen, sondern ja, so selbst nach hier oben hätte es halt nicht gepasst. Das heißt, wir hätten uns hier unten positioniert, aber hätten ja den Trade jetzt spätestens rausgenommen, als wir halt die Liquidität genommen haben und in den Gegenliquiditätspunkt gebracht haben. Das ist immer genau das, worauf wir im Prinzip warten, worauf wir im Prinzip spekulieren, dass wenn eine Liquidität an einem Point of Interest von uns genommen wird und wir das Signal bekommen, dass diese genutzt wird in Form von zwei Sweeps, dass wir die Retailer rausschütteln und dann sozusagen den klaren Strukturbuch bekommen unter einem fraktalen Punkt von uns, dann gehen wir hier rein. Das ist ja dann für uns das Zeichen, dass die Liquidität genutzt wird. Genau, so. Das wäre jetzt hier an der Stelle auch wieder der Fall gewesen. Wir haben jetzt einen ersten Sweep, den zweiten, haben jetzt hier unseren fraktalen Punkt, sprich, wenn wir jetzt hier drunter brechen, dann wäre das ja für uns ein klares Short-Signal, ein Signal, dass jetzt diese Liquidität hier über den Hochsteep, die wir uns gerade markiert haben, genutzt wird. Das schiebt wir jetzt sogar noch ganz oben drüber und kriegen jetzt hier unser Signal. Wir haben jetzt hier ganz klar unter den Liquiditätspunkt gebrochen. Short. Ja, und wir sehen jetzt hier ein bisschen die Gegenliquidität nehmen, weil das passt jetzt hier, sage ich mal an der Stelle absolut. Kommt der CRV her auch. Also würde mich nicht höher positionieren, weil über 2. Okay, das ging schnell. Hätten jetzt hier aber noch kein Gegensignal, weil wir noch nicht den 2. Sweep haben. Beideway hat sich halt, müssen wir erstmal schauen, ob sich überhaupt neue Liquiditätspunkt gebildet hat. Aber ja, hier und hier haben sich jetzt auf jeden Fall zwei neue gebildet. Die können wir auch kurz einfach einzeichnen, damit ihr vielleicht für den einen oder anderen, der die Strategie noch nicht so lange tradet, ein bisschen übersichtlicher ist. Heißt, erstes Sweep ist drunter, uns fehlt aber noch der zweite, den wir jetzt hier im Prinzip unter die Fraktalepunkte haben. Und wenn wir jetzt einen Strukturbruch bekommen, okay, den haben wir jetzt hier tatsächlich, dann ist das hier ein Signal. Ich darf meinen Kaffee nicht kalt werden lassen. So, und da wir jetzt hier strukturell noch Short sind, dass hier kein Liquiditätspunkt ist, soweit ich weiß, würde ich es ganz hoch nehmen. Wenn wir auch keine wirkliche Ineffizienz haben, bleibt uns halt nichts anderes übrig, als den bis hier hinzunehmen, weil hier hat sich jetzt ein neuer Liquiditätspunkt gebildet. Den hatten wir hier gesweept. Hier sind wir kurz vorher gedreht. Dann holen wir den jetzt noch. Das kann natürlich sein. Ne. Mal by the way gucken, dass wir jetzt hier auch wirklich kein Liquiditätspunkt vergessen haben, aber ne, hier ist keiner. Und wie gesagt, Ineffizienz ist hier nicht wirklich. Und wenn hätte das hier mit der Ineffizienz auch gar nicht gepasst, das heißt, es ist wirklich nur das an sich möglich. Man hätte es jetzt gar nicht anders machen können. Das heißt, jeder, der die Strategie tradet, hätte den Trade die Woche genauso machen müssen. Und da wäre tatsächlich der Take Profit gekommen. Also es ist wahrscheinlich der stärkste Montag, den wir in den ganzen Monaten jetzt mit dem Liquiditätssystem hatten, weil das sind ja jetzt hier über 5%. Und eigentlich laufen die Montage ja nicht immer so unbedingt für uns. Jetzt müssen wir auch noch mal gucken, dass wir oben kein, ne, wir hatten hier kein Short-Signal noch. Das war schon nach 21.30 Uhr. Das heißt, das wären wir nicht mehr eingegangen, weil dann, ja, für uns dann Trading Session beendet ist. Ne, eher Asia Session ist. Ich meine, in der Nacht zur Asia Session schlafen wir ja. So, das heißt, nächster Tag. Wir markieren uns hier einfach wieder schnell unsere Liquiditätspunkte. Sprich, hier in grün. Dann das hier rot. Und den hier unten, ja, ich glaube, das können wir als einen werten. Das heißt, wir ziehen einfach den hier noch ein Stück nach hinten. Mehr ist es nicht. Oh, jetzt bin ich noch eins nach vorne gegangen, aber jetzt hat sich, ja, okay. Können wir direkt auch hier einzeichnen. Hier ist ein Fehler vom Indikator, weil wir haben ja hier eigentlich auch ein Liquiditätspunkt. Zack, den hier. Weil links die Kerze und rechts die Kerze in der Tiefe und er zeigt es halt bloß nicht an, weil es halt gleicher Schlusskurs ist. Er ist halt so programmiert, dass wenn er das ja wirklich nur einen fraktalen Punkt anzeigt, wenn links und rechts der Höchstkurs sozusagen tiefer ist, dann ist es so ein fraktales High. Aber hier ist es ja der Fall. Bloß erkennt es halt nicht, wenn zwei Kerzen sozusagen auf der gleichen Höhe sind, warum auch immer, was eigentlich ziemlich schwach ist von dem Indikator. Aber, naja, müssen wir immer mal noch mit drauf achten. Gehen jetzt trotzdem erstmal hier rein. Das heißt, wir kriegen jetzt vielleicht hier einen Long. Ja, wir haben auf jeden Fall den zweiten Sweep. Das sieht sehr gut aus. Ja, hätten wir jetzt hier einen Long, aber das CAV ist natürlich wieder fraglich, weil wir halt jetzt nicht unbedingt den extrem lange Long halten wollen, weil wir halt im Hinterkopf haben, okay, wir sind H1 noch auf jeden Fall Short, dann der Trade würde halt so aussehen dann. Ich würde halt vielleicht maximal hier bis ins High gehen. Das heißt, wir müssen uns hier unten positionieren. So vielleicht. Mal schauen, ne? Okay, sobald er dann halt in den Gegenliquiditätspunkt geht, genau das erfüllt auf dem Muster, wo wir ja im Prinzip das System gebaut haben, dass wir auf einer Seite Liquiditätssweepen und die auf die andere oder in den Gegenliquiditätsbereich springen, nehmen wir dann natürlich raus, dann ist das Muster erfüllt und ja, wir können den Liquiditätspunkt auch rauslöschen, weil halt für uns nicht relevant war. Wir können jetzt mehr oder weniger hier schauen, ob wir jetzt hier einen Short bekommen, die uns natürlich jetzt eh viel lieber sind, sage ich mal. Okay, wir haben auf jeden Fall den ersten Sweep, den zweiten Sweep, das heißt, wenn wir jetzt einen Struck, oh, das ging schnell, den Struck Druck hoch bekommen, dann hätten wir ein Signal. Das ist jetzt hier gegen Liquidität, jetzt sind wir bei, ja, 1,68. Weiß ich nicht, ob ich den jetzt hier noch überspringen würde. Mal schauen, der ist halt schon weit weg. Vielleicht maximal hier bis zu der Ineffizienz. Ja, obwohl da unten, na doch, ich würde den schon, ich würde die Ineffizienz auch noch überspringen, weil wir halt wie gesagt noch Short gerichtet sind und hier unten, wir hätten einen ziemlich starken Liquiditätspunkt haben, wo wir jetzt zweimal gedreht sind, hier drunter wahrscheinlich sehr viel Liquidität liegt. Das heißt, ich würde den auf jeden Fall so halten. Also wir können uns ja noch mal ganz kurz den Liquiditätspunkt jetzt einzeichnen, falls wir den jetzt überhaupt irgendwie erreichen. Ob er uns jetzt hier noch mal rausholt. Also er lässt ganz ja, er holt uns voraus. Schauen wir jetzt direkt noch mal, ob wir jetzt hier noch einen Short bekommen. Wir holen den ganz oben noch, das gefällt mir jetzt im... Ne, das ist noch nicht so hoch. Und hätten jetzt hier, glaube ich auf jeden Fall ein Signal. Ja, also das sieht man eigentlich mehr als deutlich, dass wir hier, wir haben jetzt zwar hier nach unten gegappt, aber wir haben trotzdem mit der Kerze hier drunter geschlossen. Das heißt, so hätten wir den Trade-Laut-System auf jeden Fall machen müssen. Da wir ja voll Short sind, jetzt hier unten nochmal Liquidität aufgebaut haben, würde ich ihn wahrscheinlich bis hier irgendwie sowas in die Richtung halten. Aber... Holt er uns raus oder... Na gut, er baut einfach nur Liquidität auf. Hier oben Liquidität aufgebaut, hat er sich halt nochmal geholt. Und dann ist hier auch Trading-Zeit vorbei, 21.30. Das heißt, hier hätten wir jetzt kein Short mehr bekommen. Zwei Losses einstecken müssen. Gut, der Montag liefer sehr gut. Daher schauen wir mal, was uns jetzt noch der Mittwoch hier bringt. Sechs Uhr, sieben Uhr. Fangen wir wieder mit genau dem Gleichen an. Beziehen erstmal noch die hier ein Stück zurück. Die Punkte hier unten sind dann noch aktiv. Dann haben wir den hier. Und natürlich das High der Asia-Session. Und sonst haben wir nach oben dann noch das höchste High. Das würde ich mir nochmal kurz markieren. Wenn wir jetzt hier drüber brechen, müssen wir dann vorsichtig sein, dass wir dann die Strukturen nicht wechseln. Wir haben das Low vergessen, der Asia-Session. So, warten wir mal, dass wir in eine... Ah, wir sweepen direkt komplett nach oben. Ui, okay. Wir brechen nochmal drüber. Das heißt, wir haben den zweiten Sweepen. Und wenn wir jetzt hier... ein Signal bekommen. Vor allem jetzt innerhalb so einer kurzen Zeit, dann... Ja, klar, könnte es... Oder ist es jetzt wahrscheinlich so, dass wir hier... Ja, nun doch drüber haben. Das heißt, nur ein Liquiditäts-Streepen und so, wie es jetzt aussieht, in der Entgalfing bekommen sogar. Was sehr, sehr viel für jetzt ein großes Schurz-Signal spricht. Wer ist denn Trade so auf jeden Fall eingegangen? Ähm... Ich muss jetzt sagen, okay... Der hat... Hier sind keine zwei naheliegenden Liquiditätspunkte. Jetzt sage ich bis zu der Ineffizienz. Irgendwie so. Und ich würde mich ja auch noch ein Stück höher positionieren. Auf jeden Fall. Weil der kommt ja nicht ganz... Also es geht, der kommt schon schnell runter. Aber ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall dann hier... das Ding nochmal antesten können. Dann hätten wir einen CR-V von 3. So würde ich das dann auf jeden Fall machen. Ja, komm. Also wenn jetzt... Der kleine Hund... Ne. Will er nicht. Schade. Aber gut, hätten wir den Eingang selbst jetzt... So hätte das CR-V nicht gestimmt. Ne. Wir hätten CR-V von 1 gehabt. Hätte uns nicht gereicht. Ja, muss man halt dann auch mal so hinnehmen, dass man ja nicht abgeholt wird. Wir können noch mal schauen. Weil hier hat sich jetzt noch ein Liquiditätspunkt gebildet. Das wird den auf jeden Fall nicht vergessen. Sonst kriege ich wieder von euch auf die Mütze. Ist ja auch richtig so. Wir wollen ja hier alles genauestens dokumentieren. Und damit, ja, müssen wir den jetzt ja leider rauslöschen. Wir kriegen jetzt auch den 22. Aber wahrscheinlich holt der jetzt hier unten nach unseren Take-Profit. Na ja. Ja, ich glaube, er wäre gekommen, der Take-Profit. Aber nein, ist halt so. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier den ersten, den zweiten Sweep. Und haben jetzt hier das erfüllt. Und hätten jetzt hier im Prinzip unseren Bruch. Ja, den würde ich jetzt, müssen wir mal schauen. Weil, bis jetzt ins High würde ich den definitiv nicht halten, weil das da oben war halt nur ein Liquiditäts-Sweep. Ach, wir haben ja sogar noch hier einen Liquiditätspunkt. Den habe ich ja komplett übersehen. Hier. Ja, bis dahin auf jeden Fall. Und das, den zeichnen wir uns ja auch noch mal ganz kurz ein, dass wir den auf dem Schirm haben. Mein Kaffee wieder nicht vergessen. Ja. Ich will die gerade hatten wir eine Ineffizienz, weil selbst bis zu dem Liquiditätspunkt, wenn wir jetzt voll shortzieht nach so einem Liquiditäts-Sweep. 25, 30, ja, aber da wären wir jetzt halt schon fast. Und das CRV wird halt bis dahin überhaupt nicht passen. Ja, nee, komm, ich erwarte den schon bis dahin auch halten. Einfach nächster Liquiditätspunkt, auf eins ist keine Ineffizienz, dann ist das sozusagen das System. Also wahrscheinlich hätte ich dann, so würde ich es vielleicht machen, dass wir auf dem 5 hier die Ineffizienz nehmen. Ach, Bruder, zieh, komm. Mal schauen, dass jetzt hier keine neuen Liquiditätspunkte gebildet werden. Aber es ist jetzt eh schon an den 19 Uhr erst. Das heißt, wir haben ja den noch. Die beiden haben wir gefischt. Den hier haben wir noch gebildet. Okay, so jetzt ist eh Trading Session vorbei. Das heißt, wir haben ja keinen Signal mehr bekommen. Der eine Trade läuft jetzt noch über Nacht. Ja, okay. Da werden wir rausgeholt worden. Also wirklich sehr schade. Also ich habe es hier geahnt, dass wir hier nicht ganz bis hoch gehen. Also, ja, 1,27% waren wir im Plus. Jetzt ziehen wir alles hier hin, sozusagen. Ja, kann man nicht machen. Auch, by the way, ich trage die Trades jetzt wieder alle gleich im Nachhinein in die Tabelle ein. Sonst habe ich dann jetzt hier wieder so viele Cuts. Du wisst Bescheid. 6, 7 Uhr. Die hier unten sind auf jeden Fall noch aktiv. Den haben wir ja mitten in der Session. Sind ja jetzt ja auch schon am Donnerstag. Also gestern sozusagen. Also das sollte erstmal reichen an Liquiditätspunkten. Dann wir Sweepen nach oben. Sweepen nach unten. Das heißt, den können wir direkt rauslöschen, weil wir haben es wieder genau in so einem Muster passiert. Liquidität genommen. Hingegen Liquiditätsbereich gebracht. Das heißt, wir ziehen uns den jetzt zurück. Wir warten jetzt hier mehr oder weniger auf ein Signal. Wir haben auch den zweiten Sweep. Okay. Wir hätten jetzt hier das Signal. Mal schauen, ob das jetzt wieder vom CAV passt. Aber ich denke ja nicht. Also bis hier in eins. Selbst wenn wir es jetzt sagen, wir nehmen es jetzt vielleicht bis hier hin, weil hier viel Liquidität liegt. Eine Ineffizienz haben wir nicht. Und lassen wir uns vielleicht hier noch ein Stoppen irgendwie sowas. Ja. So wird es gehen. Okay. Oh, da wäre so gut der da oben gekommen. Aber wir sind halt shortgerichte. Das heißt, ich hätte ihn dann wahrscheinlich nicht bis hoch genommen. So hätte ich ihn genommen. Das heißt, wir können uns den Punkt jetzt zurückziehen. Und würden jetzt hier natürlich wieder auf die Jagd nach einem Short Trade gehen. Haben den ersten Sweep. Den zweiten haben wir auch. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen Struktur pro. Haben wir hier nicht bekommen. Wir haben nur drunter gefischt. Wieder nicht. Gehen nochmal nach oben. Das ist natürlich gut. Aber jetzt hier. Ja. Jetzt haben wir ihn. Das ist hier short. Zack. Ja. Wird sich auch bis ganz runterhalten. Ja. Oder. Ne. Ich denke mal, hier ist ja kein Liquiditätspunkt. Das heißt, na hier ist einer. Eine Ineffizienz. Ja gut. Dann halt bis hierhin. Das reicht ja auch vom CRV absolut zu. 4,4 Prozent wären das. Okay. Das ging schnell. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie nochmal ein News vorhanden, wo wir rausgefischt wurden. Aber ist ja auch vollkommen egal. Das heißt, wir suchen einfach nach einem Reentry. Wurden nochmal. Er hat nochmal Liquidität gezogen. Ist ja im Prinzip nur besser für uns. Ziehen noch mehr Liquidität. Desto mehr Liquidität muss er natürlich nach unten entladen werden. Haben hier direkt das nächste Signal. Und das sieht man eigentlich deutsch, dass es hier schon drunter geschlossen hat. Muss ich nicht mal ranzoomen. Und dann hier natürlich wieder das gleiche. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon einen Liquiditätspunkt haben. Ja, hier ist schon einer. Das heißt, hier ist eine Ineffizienz. Das heißt, ich würde dann wahrscheinlich bis hierhin gehen. Ja, es sind 5,5 Prozent schon. Okay, schon mal bis hierhin. Ja, das sind fast 3 Prozent. Das heißt, ja, ich würde dann wahrscheinlich bis zur Ineffizienz nehmen. Das reicht ja vollkommen zu. Weil wir haben jetzt auch schon hier tatsächlich drüber geclosed. Über dem High. Ich meine, es sieht jetzt zwar auch nur nach einem Fake-Out aus. Aber da es jetzt schon das zweite Mal hier mehr oder weniger ist und wir jetzt hier auch keine Liquidität geholt haben. Gerade, weil hier oben, wenn dann die Liquidität liegen wird, wäre ich jetzt hier vorsichtig. Und ja, fast 3 Prozent reichen da voll zu. By the way, wir wollten ja immer Ordnung halten, weil die haben wir schon gesweept. Das heißt, wir ziehen die Daten, wo sie gesweept wurden. Ne, jetzt nicht sogar noch mal nach... Ne, okay. Das sieht auf jeden Fall sauber so aus. Sondern es ist Donnerstag, 21.30 Uhr. Das heißt, hier ist 21.30 Uhr. Das heißt, wir würden jetzt hier kein Signal mehr nehmen, weil Trading Session im Prinzip vorbei ist. Also das sieht ja bisher mal wieder nach einer sehr cleanen Woche aus. Gefällt mir bisher sehr seitwärts. Mir gefällt bloß nicht, dass mein Kaffee schon fast kalt ist. So, das heißt, wir sind jetzt hier, wir haben zu weit gespult. Freitag, 7 Uhr. Also heute früh sozusagen. Haben hier den Liquiditätspunkt. Haben hier einen. Und hier ganz oben den. Den und den. So, gehen auf M5, warten, dass einer gesweept wird. Heißt, wir gehen direkt nach unten. Okay, übrigens direkt in die Gegenliquidität der UNO uns natürlich mitzunehmen. Das heißt, der ist unrelevant für uns. Haben wir abgearbeitet. Gehen nach oben. Ja, komm jetzt drüb da nochmal drüber. Krieg, aber kein Strukturbuch. Ja, also das heißt, die 2 würde ich dann auch rauslöschen. Unrelevant. An der Stelle. Ich will jetzt nochmal schauen. Wir haben dann hier oben jetzt einen neuen. Das heißt, weil wir jetzt in beide Richtungen mehr oder weniger die Punkte abgearbeitet haben. Jetzt einmal nach unten, nach oben. Hier ganz klar kurz vorm Ziel gewesen. Wir haben zwar nicht richtig drunter gecrappt, aber so gut wie. Damit ist der Punkt für mich da oben auch abgearbeitet. Heißt, ich würde jetzt schon einen neuen Sweep sehen. Was hat der denn hier heute gemacht? Okay, sind wir jetzt aktuell. Ja, das heißt, es könnten durchaus hier heute noch Trades zustande kommen. Wenn wir jetzt nochmal rüber-sweepen, dann vielleicht einen Bruch kriegen hier runter. Und die Liquidität ist durchaus deckbar. Den Long, wir hatten ja jetzt noch mal einen neuen Liquiditätspunkt. Ne, wäre also nicht drin gewesen. Ne. Das heißt, ich würde jetzt sowieso erstmal die Trades habe ich ja alle noch eingeblendet. Das heißt, ich trage die jetzt erstmal kurz alle in die Tabelle ein. Und dann schauen wir erstmal, wo wir jetzt hier sozusagen für die Woche stehen. Und genau, schauen dann jetzt hier über den Tag hinweg, ob wir da heute noch einen Trade sozusagen bekommen. So, also ich habe das jetzt kurz alle Trades hier bei uns in die Tabelle reingehauen. Ähm, ja, bisher sieht es die Woche sehr gut aus. Also wir stehen jetzt gesamt bei fast 6% Gewinn. Wie gesagt, vielleicht kommt da noch was dazu. Vielleicht geht da noch ein Prozent weg, wenn wir heute noch einen Lost kassieren. Oder vielleicht auch einen Win. So viel Zeit ist da jetzt nicht mehr. Bis 18, 19 Uhr. Danach lohnt es sich ja schon nicht mehr. Ja, wieder solide. Wie, ähm, ja, man das im Prinzip von dem Liquiditätssystem. Aber seit mal einer Woche, wie gesagt, die letzten zwei Wochen waren kritisch. Letzte Woche Break-Even, die Woche zuvor 4%, aber dann die letzten beiden Wochen so wieder 5%. Äh, ja, fast 5%, über 5%, fast. Also ja, 4%, wenn man es so sehen will. 7%, das heißt, hier hätte man einige Challenges durchballern können. Und hätte man einfach die Phasen genutzt, sich zum Beispiel alleine in den zwei Wochen, wie ich das immer wieder sage, in der 100k Challenge gesichert. Ähm, und lass es vielleicht auch mal, dich noch die Woche gebraucht haben. So, denn spätestens nach den, ähm, drei Pluswochen hättest du hier mit der Challenge durch sein können. Gerade bei, bieten immer mehr, ähm, Broad-Firmenanbieter an, dass du nur noch eine Challenge, also einmal 8% schaffen musst und dann hast du das Konto in der Tasche, dass du ja teilweise nicht mehr eine zweite Phase machen musst, wie jetzt Instant Founding oder sonst was. Ähm, hättest dann jetzt, ab hier die Challenge gehabt, hättest hier 5% gemacht, nehmen wir jetzt, wie gesagt, einfach mal an, mit einer 100k Challenge, hättest in der Woche fast 5k gemacht, klar. Hier hättest du vielleicht wieder was abgegeben, du brauchst ja im Monat bis zu deinem ersten Payout, sagen wir mal 4%, wärst du noch 1% im Profit gewesen. Hier wieder ein bisschen was abgegeben, wärst vielleicht 0% im Profit gewesen. Aber hättest dann jetzt hier die Woche, in der vierten Woche sozusagen, oder machst jetzt hier deine fast 6%, dann hättest du die Woche 6k gehabt, so. Und das ist immer das, wovon die meisten sich dann verleiten lassen, nur weil das System jetzt nicht die krankesten Prozente rausschmeißt, wie das jetzt bei vielen anderen ist, ob es jetzt im SMC-Bereich oder sonst was ist, wo viele Leute da mit einem absolut kranken CAVs werben und rumprotzen, aber ihr überhaupt gar nicht wisst, wie viele Trades die vorher verschissen haben oder sonst was, oder wo denn ihr Konto momentan steht und das der Trade, die vielleicht nicht mehr ans Plus gerückt hat, oder sonst was, will ich ja gar nicht drüber philosophieren, aber dass sich dann zu viele davon blenden lassen und lieber das hier hebeln und dann ewig auf dieser Strategie, auf dieser System-Suche bleiben und von einem System zum nächsten springen, anstatt mal mit einem konstant zu werden, ein relativ stabiles zu suchen, was nicht der heilige Krall ist, weil den Werte eh nicht finden, was mal Verlustwochen hat, was mal Break-Even-Wochen hat, was mal sehr gute Wochen hat, was mal so Naja-Wochen hat, wie es halt einfach normal im Trading ist und dann lieber sein Einkommen da drüber zu hebeln, dass man sich halt einfach mehr Kapital beschafft, was ja heutzutage so einfach wie nie zu froh ist mit Fremdkapitalanbietern, mit Proc-Firmen und sonst was, so hättet ihr die letzten Wochen genutzt, um euch zum Beispiel in 200k Konditionen, dann hättet ihr die Woche jetzt über 10.000 Euro verdient und dann, wenn man das so ins Verhältnis setzt, dann wirken diese knapp 5% jetzt die ganze Woche schon, ja, nicht mehr so wenig, wie die jetzt eigentlich im Verhältnis dazu wirken, wenn man das jetzt mit diesen ganzen anderen Blenden da draußen vergleicht, die mit sonst was wären, sondern das einfach so viel dazu, aber wie gesagt, die Woche ist dann noch nicht rum, wir schauen mal, was jetzt hier noch passiert, gucken mal, ob ich heute vielleicht euch nochmal ein Update geben kann, ansonsten nehme ich dann das letzte Update auf jeden Fall dann morgen früh auf und dann wissen wir final, wie die Woche ausgegangen ist. So, jetzt hier nochmal ein ganz kurzes Update, also ihr seht schon, wir hätten jetzt hier nochmal einen Lost kassiert, wir haben dann hier leider nochmal einen Liquiditäts-Typ bekommen, das runtergebrochen, das war ja auch 15, 16 Uhr, der hätte schon auf jeden Fall noch einen Trade-Eingang hier, das wäre dann irgendwann nach 18 Uhr gewesen, das wäre dann viel zu spät, sage ich mal, oder hätte es halt keine Zeit mehr gehabt, den Trade wirklich laufen zu lassen, weil dann Freitagabend natürlich Sprints größer werden und so weiter. Ich habe das auch schon hier in unsere Tabelle reingeballert, den letzten Lost jetzt noch, aber damit stehen wir jetzt die Woche gesamt bei, ja, so gut wie 4,7%, also fast 5%. Wir hatten ja vorhin schon das Beispiel mit der 100k-Challenge, oder beziehungsweise gestern, also für euch ist es jetzt gerade im Video gewesen, aber dann wären die Woche halt fast 5.000 Euro gewesen, so selbst wenn ihr mal den einen oder anderen Trade nicht mitgenommen habt, selbst wenn es nur 3% sind, 3.000 Euro, wer verdient jetzt, wenn man es so mal im Gesamten sieht, von normalen, angestellten Leuten oder sonst was, in dem Verhältnis, wo halt die meisten aus meiner Community einfach sind, so viel in einer Woche, das ist halt dann immer, dass man sich dann da nicht blenden lässt, von irgendwelchen Prozenten oder sonst was, man braucht jetzt nicht unbedingt 100% die Woche, was auch absolut unrealistisch ist, oder 40R, 20R die Woche, sondern mit einer richtigen Kontogröße reichen 3-4% stabil jede Woche komplett aus, so mit einem komplett systematischen System, wie dem jetzt zum Beispiel, wo man halt einfach keine Scheiße bauen kann, wo man sich nicht emotionalisieren lässt, sage ich mal, oder keine großen Fehler, sage ich mal, machen kann, sondern halt jede Woche konstant auf seine Ergebnisse kommt und halt wirklich klare Regeln haben, weil das System ist ja wirklich ganz simpel und da groß irgendwas falsch zu machen, ist halt, ja, schwer, sagen wir es mal so. So, aber ich will jetzt hier gar nicht weiter rum und rumlabern, wenn ihr zu der Woche irgendwelche Fragen oder sonst was habt, schreibt uns sehr, sehr gerne auf Instagram, stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung, ansonsten schaut gerne in unserer Telegram-Gruppe vorbei, da kommen wir zu wöchentlich, natürlich haben wir uns immer vorgenommen, richtig geile Mindset-Posts zum Thema Trading, dass wir da die Themen ein bisschen aufarbeiten, weil das finde ich geht immer in dem kleinen Text mit ein paar Beispielen am besten, als jetzt hier in so einem Video. Und genau, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein geiles Wochenende und wir sehen uns dann spätestens im nächsten Video.